Die Studie unterstreicht aus meiner Sicht sehr gut, wie wichtig lebenslanges Lernen ist für einen dauerhaften beruflichen Erfolg und auch wie wichtig es ist für Unternehmen, dieses lebenslange Lernen zu fördern. Handlungsempfehlungen sind aus meiner Sicht drei Dinge. Das eine ist, dem ganzen Thema Lernen eine positive Konnotation zu geben in der Gesellschaft. Das zweite ist, Unternehmen Anreize zu geben, hier Verantwortung zu übernehmen zum Thema Kompetenzerwerb rund um Digitalisierung. Und das dritte ist, konkrete Angebote zu schaffen für die Bürger, über die sie ihr Wissen zum Thema Digitalisierung erweitern können, vielleicht sogar eine finanzielle Förderung bekommen können, auch im fortgeschrittenen Alter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017